so hallo herzlich willkommen zurück in meinem labyrinth ich habe diese zeit übersprungen und bin jetzt hier am start und ja so sieht es im moment aus hier ich guck mal jetzt wie gut ich hier heute durchkommen und jetzt auch schon die erste münze so mal gucken wir gehen jetzt mal hier da ist nix da geht es nicht weiter da geht es auch nicht weiter wenn man eigentlich so guckt dann keine ahnung wie ist das einfach nur so zuguck ich denke mal das vielleicht im ein oder anderen windlich werden könnte oder übel okay es geht so rum so rum und dann geht natürlich nicht weiter hier hier im start wieder da da ich gehe mal hier lang ja wenn man hier so durchkommt dann ist es doch bei dem einen oder anderen labyrinth immer ziemlich kurz finde ich und das ist auch gut so finde ich also auch ich kann ich noch mal so hat man böse fallen hier so dann gleich erstmal hier abbiegen gucken und die nächste münze noch weitergehen aber hier auch jetzt nicht guck guck so ist keine ok ich guck mal so ein labyrinth kann man sich vor mal verlaufen und lieber was zu essen und trinken mitnehmen wobei trinken naja wenn man jetzt auch dann kann man nirgends hinten auch wieder nix aber hier sehe ich schon mal in der münze das ist schon mal okay erst mal hier wieder auf die gleiche mit dir ja da ist oder ich gehe erst mal hier weiter dass die nächste münze und wir eine sackgatte ich bin der sport klar umfahren hat meine münze da scheint es weiter zu gehen so muss ich nur noch so ich habe jetzt die nächste ladezeit übersprungen und bin schon mal hier reingesprung sozusagen ja mal gucken wo jetzt hier diese münzen auf mich war da oben schon mal eine ja 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 okay eine auch noch eine ich kann mich aber da dann wieder nicht rüber nennen und das wäre zu hoch oh au haja ja okay wusste nicht dass man da so in die ecke springen kann hab gedacht versuch mal okidoki gut warum nicht so das war die zweite Münze okay nummer drei da hätte es noch eine und hepp so das geht ja hier ganz schnell da ist dunkel da ist nix mh ähm hepp so mal gucken hepp 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 ähm da ist auch nix ach dom ist eine hop 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 ja äh hier gucke nein da unten ist keine ähm ähm hm 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 hier auch nicht hm 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 helle da okay da hätten es eine da muss ich von da und da hin Oh, hier ist auch noch eine. Oh, ob ich da um die Ecke springen kann. Andere möglichkeit sehe ich nicht, aber... Doch. Wow. Okidoki. Hätte ich es echt nicht gedacht. So ist... Oh. Ok. Und noch... Ey. Eine fehlt noch. Na, das waren ja gleich drei auf der einen Ecke. Das ist doch... So, aber wo ist jetzt die letzte? Da ist der Ausgang. Da... 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 wie heißt das? Äh... Egal. Ich hab's geschafft. Ich bin jetzt hier draußen. Dann und ja... Dann sag ich danke fürs Gucken. Für diese zwei Labyrinthe. Und dann zum nächsten Mal, ne. Mach's gut. Bye, bye.